Hallihallo, heute geht es in diesem Video darum, wie alte Traumata deine neue Beziehung sabotieren oder sabotieren können. Alte Traumata können wie unsichtbare Fäden an uns ziehen und unser Verhalten in neuen Beziehungen komplett stark beeinflussen. Lass uns mal anhand von fünf Punkten und konkreten Beispielen erkunden, wie diese Traumata deine Beziehung zum Beispiel sabotieren können und aber auch wie du dagegen ankämpfen kannst. Als erstes habe ich dir den Punkt mitgebracht, die Macht der Vergangenheit, wie Traumata unser Beziehungsverhalten prägen. Alte traumatische Erlebnisse können dazu führen, dass du Situationen oder Verhaltensweisen deines Partners oder deiner Partnerin zum Beispiel falsch interpretierst, weil sie dich unbewusst an vergangene schmerzhafte Erfahrungen erinnern. Du neigst möglicherweise zu übermäßigen Misstrauen oder zu Eifersucht, selbst wenn dein Partner deine Partnerin dir gar keinen Anlass dazu gibt. Ein Beispiel dazu, zum Beispiel Sarah und Tom. Sarahs Trauma basiert auf einem Beziehungsbetrug. Sie wurde in ihrer ersten Partnerschaft mehrfach hintergangen, was zu einem tiefen Vertrauensverlust und zu einem emotionalen Schmerz führte. Dieses Beziehungstrauma hat bei Sarah eine hypervigilante Haltung gegenüber potenziellen Anzeichen von Untreue ausgelöst. Das heißt, ihr Trauma manifestiert sich wirklich in Form von übersteigerter Wachsamkeit und Misstrauen. Selbst harmlose Situationen wie Toms lächelndes Lesen einer Nachricht triggert bei Sarah sofort diese schmerzhaften alten Erinnerungen an und erinnert an ihren alten Betrug. Ihre emotionale Reaktion und Wut auf Anschuldigungen ist eine direkte Folge ihres unverarbeiteten Traumas. Dieser Fall illustriert perfekt, wie vergangene traumatische Erfahrungen unsere Wahrnehmungen und unser Verhalten in neuen Beziehungen verzerren können. Sarah projiziert ihre Ängste und Verletzungen aus der Vergangenheit auf Tom, obwohl er ihr, wie gesagt, gar keinen Anlass zum Misstrauen gegeben hat. Aber diese Überreaktion gefährdet ihre aktuelle, noch gesunde Beziehung und zeigt, wie Traumata, wenn es nicht aufgearbeitet wird, die neuen Chancen auf Glück Schritt für Schritt für Schritt sabotieren kann. Der zweite Punkt ist Bindungsängste und Vermeidungsverhalten. Wenn Nähe zur Bedrohung wird, auch hier traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit können dazu führen, dass Du Schwierigkeiten hast, Dich in neuen Beziehungen zu öffnen und Vertrauen aufzubauen. Du hältst möglicherweise emotional Abstand, auch wenn Du Dir eigentlich Nähe wünschst. Aber dieses Vermeidungsverhalten kann Dein Partner verwirren und langfristig auch absolut frustrieren. Auch hier wieder ein Beispiel von Markus und Lisa. Markus' Trauma wurzelt in emotionaler Vernachlässigung während seiner Kindheit. Seine Eltern waren möglicherweise emotional abwesend, reagierten nicht angemessen auf seine Bedürfnisse oder zeigten einfach zu wenig Zuneigung. Diese frühere Erfahrung hat bei Markus ein unsicheres Bindungsmuster erzeugt. Sein Trauma äußert sich in Form von Bindungsangst und von Vermeidungsverhalten. Wie schon gerade am Anfang gesagt, obwohl er sich nach Nähe sehnt, löst sich aber die Aussicht auf eine tiefere emotionale Verbindung, wie zum Beispiel der Vorschlag von seiner Partnerin zusammenzuziehen, bei ihm totale Panik aus. Seine Strategie ist es dann, Ausreden zu erfinden und Gespräche über die Zukunft zu vermeiden. Und das ist damit ein klassischer Schutzmechanismus. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie Bindungstraumata zu einem Teufelskreis in Beziehungen führen können. Je mehr Lisa versucht, Markus nahe zu kommen, desto mehr zieht er sich zurück. Genau das Verhaltensmuster, das er in seiner Kindheit gelernt hat, um sich vor emotionalem Schmerz zu schützen. Sein Vermeidungsverhalten ist eine indirekte oder beziehungsweise sogar eine direkte Folge seines Traumas und sabotiert unbewusst die Chance auf eine erfüllende Beziehung. Der dritte Punkt, das gibt so einen Traumadrachen in einer Beziehung. Gemeinsam ist es natürlich super hilfreich, gegen diesen Drachen anzukämpfen. Aber dazu muss ich erstmal das Muster verstehen, wenn er überhaupt auftaucht. Stell dir das Trauma wie einen Drachen vor, den du und dein Partner gemeinsam bekämpfen könnt. Es ist wichtig, dass du deinem Partner natürlich deshalb von deinen Erfahrungen erzählst und ihm erklärst, welche Situationen für dich besonders herausfordernd sind. Also wenn du deine Triggerpunkte schon kennst, ist es natürlich super, du weist deinen Partner ein. Und gemeinsam könnt ihr dann Strategien entwickeln, um mit diesen Triggern besser umzugehen. Manchmal sind die Trigger jedoch nicht wirklich bewusst und dann tappt man ein bisschen im Dunkeln und dann ist es natürlich super, von außen mal jemand drauf gucken zu lassen. Ich gebe dir hier auch gerne wieder ein Beispiel und zwar eins von Anna und Paul. Annas Trauma basiert auf körperlicher Misshandlung in ihrer Kindheit. Sie hat wahrscheinlich wiederholte Erfahrungen mit physischer und auch mit psychischer Gewalt gemacht. Möglicherweise durch ihre Eltern oder andere ihr nahestehenden Bezugspersonen. Dieses Trauma hat bei ihr zu einer posttraumatischen Belastungsstörung oder PTBS besser gesagt geführt und diese Belastungsstörung ausgelöst. Das Trauma manifestiert sich bei ihr in Form von Triggern und Panikattacken. Bestimmte Gesten oder Bewegungen, wie zum Beispiel Pauls frustriertes Händeheben, lösen bei Anna eine unmittelbare Körperreaktion aus. Das heißt, wenn Paul in irgendeinem Gespräch, was man schon mal so macht, so ich habe keine Ahnung oder ich kann dich einfach nicht verstehen, die Hände hochhebt, das lässt sie erstarren und zittern. Das ist eine typische Reaktion, ein typisches Symptom einer traumabedingten Stressreaktion. Hier siehst du eindrucksvoll, wie dieser sogenannte Traumadrachen in einer Beziehung auftauchen kann. Das heißt, der Drachen wird zu etwas Großem. Eine kleine Handlung wie das Händeheben löst aber eine große Reaktion aus. Und diese harmlose Geste verdeutlicht sehr, wie tief verwurzelt die traumatischen Erfahrungen sind. Gleichzeitig demonstriert es die Möglichkeit, aber auch gemeinsam gegen diese alten Muster anzukämpfen. Durch offene Kommunikation, gegenseitiges Verständnis und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien können Anna und Paul lernen, mit den Auswirkungen des Traumas umzugehen und ihre Beziehungen zu stärken. Das heißt, wenn sie irgendwann klar haben oder raus haben, dass sich das wiederholt, dass immer wenn Paul die Hände hebt, Anna merkt, oh, jetzt reagiere ich körperlich, dann wissen sie, aha, hey, das ist ein Trigger, in dem Moment fühle ich mich bedroht. Aha, okay, entweder lernt Paul eine andere Geste oder sie lernen wirklich zu verstehen, hey, warte, das ist einfach nur eine Geste, das hat nichts mit deiner alten Erfahrung zu tun. Also, sie lernen damit umzugehen und lernen sich immer besser kennen und das führt dazu, dass sie natürlich auch ihre Beziehung zueinander stärken. Der vierte Punkt, wenn Selbstwertgefühl und Beziehungsdynamik aufeinandertreffen, aber auch wie man den Teufelskreislauf durchbrechen kann. Traumatische Erfahrungen auch hier wieder hinterlassen, oft tiefe Narben im Selbstwertgefühl. Du fühlst dich vielleicht nicht liebenswert oder glaubst, keine gute Beziehung verdient zu haben. Diese negativen Glaubenssätze können dazu führen, dass du unbewusst Situationen herbeiführst, die deine Ängste auch noch bestätigen. Auch hier wieder ein Beispiel von Julia und Alex. Julias Trauma basiert auf lang anhaltenden Mobbing-Erfahrungen in der Schule. Dieses soziale Trauma hat ihr Selbstwertgefühl nachhaltig beschädigt und zu tiefen Selbstzweifeln geführt. Mobbing in der Jugend kann besonders schädlich sein, da es in einer kritischen Phase der Identitätsentwicklung stattfindet. Und Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selber erfahren. Das macht wirklich absolut was mit uns. Und in diesem Fall ist das Trauma oder äußert sich in einer Form vom geringen Selbstwertgefühl und selbstsabotierendem Verhalten in Beziehungen. Julia kann die Liebe von Alex auch gar nicht annehmen, weil sie tief in ihrem Inneren glaubt, nicht liebenswert zu sein. Wieder eine direkte Folge der jahrelang negativen Botschaften durch das Mobbing. Dieses Beispiel illustriert den Teufelskreis, den ein traumabedingt niedriges Selbstwertgefühl in Beziehung auslösen kann. Julias Unfähigkeit, sich selbst als liebenswert zu sehen, führt dazu, dass sie positive Erfahrungen in der Beziehung unbewusst sabotiert. Sie bestätigt damit ihre selbstgewählten negativen Glaubenssätze über sich selbst und ihre Beziehungsunfähigkeit. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass Heilung passiert, und zwar die Heilung des Selbstwertgefühls, an dem sie arbeiten muss, um langfristig auch gesunde Beziehungen führen zu können. Ich selbst habe diverse Beziehungen geführt, die wirklich nicht gut für mich waren, einfach weil ich geglaubt habe, nicht liebenswert genug zu sein. Erst nachdem ich erkannt habe für mich, hey Leute, ich bin das beste Geschenk, was dir heute passieren kann, und daran habe ich wirklich jahrelang gearbeitet, um diese innere Haltung zu entwickeln, haben sich meine Beziehungen radikal verändert. Ich habe nicht mehr diesen alten Schmerz wiederholt, ich habe nicht mehr diese alten Glaubenssätze als die Wahrheit anerkannt, sondern ich habe neue Sätze in mir gefunden, die genauso wahr sind, die aber der absolute Game Changer für mein Leben waren. Und der letzte Punkt ist der fünfte Punkt, Heilung durch neue Erfahrungen. Und auch das kann ich absolut bestätigen aus meiner lang, langjährigen Erfahrung mit Paaren oder auch mit Einzelpersonen, aber auch wieder aus mir selbst heraus. Früher habe ich eher destruktive, eher ungesunde Beziehungen geführt. Und nachdem ich mein Muster erkannt habe, nachdem ich es verändert habe, nachdem ich mich transformiert habe, führe ich inzwischen eine wunderschöne, extrem gesunde, super in Balance stattfinde, super in Balance stattfinde, eine Beziehung, die absolut in der Balance ist. Und bin sehr, sehr froh, dass ich weiß, dass Heilung geschehen kann. Und dass auch Heilung immer in Beziehung passiert. Die alten Wunden wären in Beziehung in der Regel, passieren in der Beziehung, aber auch Heilung geschieht in der Beziehung. Und Heilung ist immer, immer möglich. Ich bringe dir hier auch nochmal ein Beispiel mit. Also obwohl alte Traumata neue Beziehungen erschweren können, liegt in ihnen aber auch eine große Chance zur Heilung. Durch eine liebevolle, unterstützende Partnerschaft kannst du neue, positive Bindungserfahrungen machen. Und diese können all deine alten Wunden nach und nah heilen. Wie gesagt, das Beispiel David und Emma in diesem Fall. Davids Trauma wurzelt in der Erfahrung, mit alkoholkranken Eltern aufgewachsen zu sein. Und Kinder von Alkoholikern erleben oft Unberechenbarkeit, emotionale Vernachlässigung und häufig auch gebrochene Versprechen. Das wiederum kann dazu führen, dass sie einfach komplett misstrauisch gegenüber anderen Menschen sind und sich Beziehungsängste quasi etablieren. Das heißt, sie vertrauen, wenn es ganz, ganz schlimm ist, erstmal überhaupt niemandem. Auch hier war es so. Sein Trauma manifestiert sich in Form von generalisiertem Misstrauen und der ständigen Erwartung, enttäuscht zu werden. David geht in Beziehung mit einer defensiven Haltung hinein, immer bereit, sich vor möglichen Verletzungen zu schützen. Doch Emma lässt sich davon einfach nicht beirren. Sie ist immer für ihn da und durch und durch positiv. Hinzu kommt, dass sie aber auch mit ihm zusammen zu regelmäßigen Gesprächen bei einem Coach geht, der David dabei hilft, sein Trauma zu verarbeiten und die Liebe von Emma überhaupt anzunehmen. Emmas konstante Verlässlichkeit und wirklich engelsartige Geduld bieten David die Möglichkeit, neue, positive Beziehungserfahrungen zu machen. Und das steht dann in direkten Kontrast zu seinen früheren Erfahrungen mit seinen alkoholkranken Eltern. Hier wird in diesem Fall deutlich, wie eine unterstützende Partnerschaft hier in Kombination mit professioneller Hilfe ermöglichen kann, tief verwurzelte, tief verwurzelte, traumatische Erfahrungen zu überwinden und neue Beziehungsmuster zu entwickeln. Und ich kann immer wieder nur sagen, denk daran, Heilung ist ein Prozess und jeder Schritt in Richtung einer gesünderen Beziehung zu dir selbst und anderen ist ein Erfolg. Du hast die Kraft, deine Vergangenheit zu überwinden und die Beziehung zu führen, die du dir von Herzen wünschst. Das ist nicht immer leicht, aber es ist machtbar. Es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess. Und ich kann immer wieder nur sagen, ich habe viele, viele Prozesse begleitet. Und ich habe immer wieder erlebt, dass gerade wenn zwei Menschen denken, es geht nicht mehr, eine kleine Stellschraube reicht, um nochmal den ganzen Prozess wieder ins Laufen zu bringen und aber auch, um wieder sich nahe zu sein, um sich zu spülen, um sich zu fühlen, um Ängste zu überwinden. Und dann kann auch Liebe sich ausbreiten. Häufig ist die Liebe gar nicht fühlbar, spürbar, weil Angst im System ist. Und dann denken viele Menschen, sie passen nicht zusammen. Oder viele denken auch, oh Gott, ich bin in einer toxischen Beziehung. Nein, das Verhalten ist toxisch. Aber es ist veränderbar. Und auch aus einer toxischen Beziehung kann, wenn zwei Menschen daran arbeiten, eine gute Beziehung werden. Das heißt, es muss nicht immer zwangsweise sein, dass man sich trennt, wenn es nicht läuft. Und manchmal ist es so, dass wirklich Menschen miteinander glücklich werden können, aber ein altes Trauma sabotiert einfach den Weg. Und dann ist es super hilfreich, zu erkennen, hey, wie lösen wir diesen Stolperstein auf, räumen ihn aus dem Weg und dann wird der Weg auch für ein gemeinsames Glück frei. Inzwischen kann ich sagen, ich glaube, ich kriege alle Stolpersteine aus dem Weg und ich helfe Menschen dabei, wirklich auf dem Weg, ihr Glück miteinander auch zu führen. Und viel mehr Menschen passen zusammen, obwohl sie denken, dass sie das nicht tun. Wenn du gerade in so einer Beziehung steckst, lass uns gemeinsam sprechen, lass uns gemeinsam miteinander arbeiten und ich garantiere dir, du wirst auf jeden Fall dein altes Muster erkennen, du wirst dein Trauma verstehen und du wirst ein neues Muster kreieren können und damit natürlich auch glücklicher sein. Du kannst auch gerne zu mir nach Mallorca kommen oder ihr könnt gerne zu mir nach Mallorca kommen, verbindet das mit einem schönen Urlaub, lass uns zusammen einen Tag arbeiten, einen Workshop machen, danach vielleicht auch online noch miteinander weiterarbeiten, weil wie gesagt, Veränderung, das ist ein Prozess, es braucht ein bisschen Zeit, aber ich bin hier für dich. Also, wenn dich das interessiert, geh einfach auf meine Webseite andreaheuters.de oder lies hier den Link in den Beschreibungen, mach Kontakt zu mir und dann helfe ich dir super gerne weiter. Ansonsten freue ich mich total, wenn du gerne Daumen hoch hinterlässt, meinen Kanal abonnierst und kein weiteres Video verpasst, dir hier auch vielleicht ganz viele andere Tipps noch zusammen suchen kannst, weil inzwischen gibt es, ich glaube, über 400 Videos auf meinem Kanal. Also, wenn du deine Partnerschaft noch ein bisschen stärken möchtest, sie verändern möchtest, ich glaube, ich kann dir weiterhelfen. Okay, ansonsten danke fürs Zuschauen heute und auch gerne hinterlassen, Kommentar. Ich freue mich auch immer super gerne, wenn Leute mit mir hier auf dem Kanal diskutieren oder ihre Meinung hinterlassen. Ansonsten, hab dich lieb, wünsche einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer, wann auch immer du dieses Video siehst, lass es dir gut gehen.